Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir fahren heute unsere Nala abholen. Nala ist ein Zwergpudel, sie ist acht Wochen alt. Genau, wir sind drei Stunden gefahren für die Kleine und wir waren so aufgeregt. Viel Spaß beim Zuschauen. Und da ist die Kleine schon bei uns. Die war so ängstlich und zappelig, aber irgendwann hat sie dann geschlafen. Ja, hi. Wo bist du denn jetzt? Ja, die feine Maus. Dann kam meine ich voll. Dann machen wir es so drei Stunden. Meine erste Leute, wir sind so drei Stunden. So ein bisschen, wie wir sein. Ich helfe viel Freude. Ich helfe etwas Desruf dieser. Ich helfe dieses Hausten. Komm, ich lege mal. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Angst. Ist alles gut. Ich bin bei dir. Komm. Ja komm. Machst du super. Machst du toll mein Schatz. Alles gut. Alles gut. Jo 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 Jo. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Wie ihr auch hört, sie war richtig, richtig ängstlich am Anfang. Sie hat so geschrien, dass sie so extrem Angst haben wird. Haben wir natürlich nicht gedacht. Aber das war auch schon ein bisschen klar. Die kannte ja nicht andere Hunde, andere Rassen. Das war komplett neu für sie. Aber das haben die super gemacht. Milo war auch sehr vorsichtig. Natürlich war er auch neugierig. Hat auch direkt rausgegangen. Guckt, ob da noch mehr sind. Und ja, danach, später, haben die auch angefangen tatsächlich zu spielen zusammen. Auch wenn sie noch ein bisschen ängstlich war. Das hat super geklappt. Oh, ich hab voll Angst. Alles gut. Milo, langsam. Das ist zu viel für sie. Komm her. Milo. Hey. Oh, Baby. Alles gut, mein Schatz. Ich muss mich beiteln. Nein, die zittert voll. Ich stelle mal auf. Ja, Milo. Ich langsam bin. Geht Angst? Nein. Geht. Geht her, Geht her. Geht her. Geht her. Ja, und so sah es nach ein paar Stunden aus. Es war viel, viel besser. Sie hat nicht mehr extrem geweint oder war nicht extrem ängstlich. Sie war halt trotzdem ein bisschen so zurückhaltend, aber ist hier alles normal. Danke fürs Zuschauen. Ich blende euch noch ein paar Fotos von Nala. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017